Fokus sei in dir wert. Worauf richtest du gerade deinen Fokus? Ist es auf etwas, was du willst oder etwas, was du nicht willst? Du weißt, dass du immer mehr davon erhältst, worauf du deinen Fokus richtest, oder? Mögest du deinen Fokus immer öfter auf das richten, was dein Herz vor Freude lächeln lässt? Das wünsche ich dir. Vielen Dank.